PSP Fieber TV Statement kurzes also ich habe auch schon wieder ein paar comments gelöscht zur Folge 12 ich blockiere euch auch weil so blöde Sprüche wie PSP Fieber TV doch heißt es deutsche Sendung ich spreche schon die anderen Worte Englisch aus aber ich bin nicht PSP Fieber TV wir sind PSP Fieber TV mir geht das langsam auf den Sack so das ist doch nicht normal so immer was zu meckern wer meint es besser machen zu können der soll es mir beweisen legt mir eine gute Sendung vor PSP Fieber TV